Hallo, ich kümmere mich natürlich nicht nur um Reparaturen und Tuning und Routenbau und so weiter, sondern auch kleinere Sachen wie zum Beispiel das Umbeschriften einer Route, die frisch erworben wurde. Da steht jetzt zum Beispiel ein falscher Name drauf, Bernd, der hat also der Kunde die Route von einem anderen Kollegen, Bernd heißt erworben diese beiden, heißt aber selber Roland und möchte natürlich, dass jetzt da Roland draufsteht. Also was ich jetzt hier tun werde, ist, ich nehme erstmal auf der Seite den Lack weg und den Namen weg. Ich will dabei natürlich nicht den Blenklack, der hier so rötlich eingefärbt ist, beschädigen. Auf der Rückseite ist dann die Klassifizierung dieser Karpfenrute handschriftlich auch angebracht und die will ich natürlich komplett erhalten, das heißt also, es wird nur auf der einen Seite, wo der Name ist, der Lack entfernt. Anschließend wird die gesamte Stelle noch mit Schleifpapier angeraut, respektive mit einem Schleifgewebe. Dann kommt an die Stelle, wo vorher der Name, der andere Name war, der neue Name drauf, in dem Fall Roland mit der Goldschrift auch und dann wird das Ganze wieder lackiert. Und dann ist dieser Auftrag erledigt und kann wieder zurück zum Kunden. So, wenn Sie also so eine kleine Sache mal haben, no problem, her damit.